Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. So, fordern wir raus. Komm, sag mal welche vorbei. Und erledigt. Oh, 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 die sind aber deutlich besser gerüstet als alles, was ich bis jetzt ansonsten angegriffen habe. Alcaramba. Was? Die Wasserkampfhaltung ist effektiv gegen den Schildträger. Ja, halte R2 und drücke Kreis, um zur Kampfhaltung zu wechseln. Okay. Taumelschaden gegen Schildträger erhöhen. Au! Kollege. Okay, das war der erste von den Dicken. Weg. Dann haben wir noch einen Schildträger. Oh, der fies. Hier sind wir mal. Leiden beendet, ich finde. Entschlossen halt. Fiese Kanüle. Das fand ich jetzt nicht so gut. Okay, also ich kann die Kampfhaltung hier variieren. Und die üblen Schildträger waren übel. So, gut. Dann können wir jetzt wieder weiter. Okay. Das war so nicht gedacht. Ich dachte, ich mache hier die Patrouille mal eben noch kalt und dann ist gut. Ja, war falsch gedacht, ne? In die Richtung geht es zur Kreuzung. Dann geht es in die Richtung zur Kreuzung. Äh, zur Brücke meine ich natürlich. Nicht zur Kreuzung. Die wir freiräumen sollen für die guten Leute vom, äh, der Rasten heißen Quellen. So, irgendwas sagt er dir doch, wo die Vögel sind, sind irgendwie wichtige Orte. Da unten. Ach, guck mal an. Da ist noch ein unentdeckter Ort, wenn ich über die Brücke rüber bin. Aber da unten ist mit Sicherheit auch was. So, da hinten sehe ich ein paar Banditen. Da stehen auch welche rum. So, zwei Stück haben wir weg. Da unten ist noch einer. Zwei. Wir retten dich, mein Junge. Hört auf, ihr Bestien. Mein Herr. Sprich. Sie belagern die Brücke. Sprecht. Wir waren auf der Flucht in Tsiyoshi, Heibert. Die Brücke sah sicher aus, doch die Mongolen lauerten in der Schlucht. Sie schossen von unten auf uns. Jemand ist verletzt. Banta. Der Sohn meines Bruders. Sie benutzen ihn als Köder. Eure Familie soll sich von der Brücke fernhalten. Ich beende das. Hm. Ich arbeite dran. Vorfall an der Hiroshi-Schlucht. Zwei habe ich halt schon erledigt. Das ist schon mal gut. Schrei weiter, Knärm. Meine Familie überlässt dich den Tod. Hier komme ich runter. Komm runter. Abikad. Der ist Matsche. Und ich kann mich direkt heilen. Oh, was ist das jetzt? Jinn. Wir schauen ihm in die Augen. Mit Mut. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Vergiss mir. Okay. Ich frage mich. Wie effektiv ich... Wie effektiv ich... Also, ob das irgendwelchen Einfluss auf mich hat, positiv wie negativ, wenn ich mich nicht mehr an den Kodex halte. Ich frage mich. Ich frage mich. Da oben hoch. Ja, natürlich. Oh. Komm raus. fungst du nicht? dann geh ich halt hin da vorne ja vorne ja 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 Okay, es gibt da oben noch weiter, äh, weiter oben noch welche. Das war jetzt so semi-gut. Aber ich frage mich, ob das tatsächlich in irgendeiner Form einen Einfluss nimmt, wenn wir uns an einen Ehrenkodex halten und nicht ein einziges Attentat aus dem Hinterhalt vollführen. Aber ist das wirklich möglich? Machen wir erstmal das hier fertig. Retten. Sie schießen nicht mehr. Nee, wir schießen nie wieder. Geh zu deiner Familie. Hab dann, mein Herr. Die Brücke ist sicher. Sehr gut. Sprich mit Bantas Onkel. Machen wir. Gibt's eine Belohnung? Die Mongolen sind fort. Haben Sie geschrien? Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Ihorchi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke. Hat aber an und für sich halbwegs gut funktioniert. Steigert unser Ruf ein wenig. Ist okay. Talisman der Umwärtsamkeit. Beugsamkeit. Was war das? Verbesserung verfügbar für die Tracht des Reisenden. Okay, das ist ja uninteressant. Ähm, aber wir haben eigentlich ein Talisman. Nein. Hier. Ja. Talisman der Umwärtsamkeit. Niederer Verteidigungsthalisman. Bei 50% oder weniger Gesundheit wird der erlittene Schaden um einen mittleren Wert verringert. Ist erstmal besser als gar nichts. So, jetzt wollen wir, wenn ich das richtig sehe, hier zum Ende der Schlucht, dann doch zu dem großen Tempel, Leuchtturm, irgendwas in der Richtung, die wir vorhin gesehen haben. Ähm, ist die Richtung noch richtig? Ah, irgendwie und irgendwie nicht. Oh, geh mal rein. Kann ich noch weiter rein zoomen? Ich muss irgendwie ganz anders. Der Wind bringt mich in die andere Richtung. Wieder über die Brücke rüber? Ich könnte auch durch die Schlucht gehen. Aber ja, ich muss über die Brücke rüber. Ach ja, hatte ich ja generell gesagt, wollte ich. Über die Brücke rüber und dann links. Das hier, ich erinnere mich, Ariyaki. Gucken wir mal, was wir so unterwegs noch finden. Ist ganz schön hübsch hier. Ja, jetzt so in diesem Rot, nicht so. Die Sonne geht halt unter. Finde ich übrigens auch gut, dass wir einen fließenden Tag-Nacht-Wechsel haben. Was haben wir denn hier für den Unterschlupf? Ein bisschen was von Zeug. Ein paar Leichen. Jede Menge Bambus. Bisschen Albenholz auch gut. Das ist so ein kleines Lager, das ist gut. Ein Baum. Ja, da hinten, die Pagode. Das ist ein Leuchtturm, oder? Die dachte ich ursprünglich, das wäre gemeint. Aber es ist ein Fuchsbau. Eine Landfüchsie. Zeig mir mal, wo es hingeht. Das war ja ganz schön zügig unterwegs, der Gute. Und ich bin irgendwann außer Atem. Ich kann nicht unbegrenzt rennen. Finde ich auch gut. An und für sich. Den Schrein ehren. Nare schreit verehrt. Einen niederen Platz verdienen. Zwei weiteren. Wo ist der Fuchs? Den letzten konnte ich streicheln. Oh. Okay. Das war die Säule der Erde. Ich bin noch nicht ganz bis hier vorne gekommen. Da will ich jetzt aber hin tatsächlich. Ich will mir das Ding da oben genauer angucken. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, irgendwie runter zu gehen zum Strand. Aber ich glaube nicht so wirklich. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich möglich ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass... Ja, da vorne besteht zumindest eine Option. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man da unten auch bestimmt irgendwas finden wird. Und hier sieht es eher weniger danach aus. Schwer zu sagen. Vielleicht habe ich tatsächlich Pech. Und wenn ich irgendwann mal alles freigeschalten habe, aber auch alles, worauf mich der Wind hinweisen kann, dann werde ich hierhin zurückkehren müssen. die Möglichkeit besteht. Jetzt interessiert mich aber erst mal, was da vorne an dem Turm ist. Bevor wir uns dann um die Mission der heutigen Folge kümmern. Ich habe jetzt ungefähr, naja, ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber mein ungefährer Plan ist immer so ein bisschen Erkundung, Befreiung von Lagern, Töten von Hauptmänner und Westergeier zu machen und eine Mission pro Folge. Das kann aber auch sich dahin entwickeln, dass wir eine Nebenmission machen. Das ist ein Leuchtturm, gut. So wie gerade jetzt das mit der Brücke. Die Möglichkeit besteht, dass es dann eben keine vollwertige Story-Mission ist. Da haben wir einen Holzschreit. Ein paar Vorräte wegnehmen. 17, immerhin. Der verfolgte Ort. Ja, soweit ist gut. Gehen wir nach oben. Ist ein hoher Turm. Soweit zur Knorkel. Nichts ansonsten. Jetzt sind wir ganz oben auf dem Turm. Und da liegt zumindest ein bisschen was an Leinen. Ja, zwei. Wir können auf den Ziegeln rumlaufen. Das nutzt uns allerdings nichts. Letzten Endes ist dieser Leuchtturm also erst einmal... Leuchtturmfeuer gefahren. Okay, warte. Was bringt uns das? Wir kriegen keinen Hinweis darauf, was uns das bringt. Außer, dass wir ein bisschen Reputation kriegen. Und der Gute ist extrem zügig im Leiter runter. Okay. Also Leuchtturm entfachen. Hat einen... zum Nutzen... der uns noch nicht weiter bekannt ist. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als könnte ich... da über diese Steine und vielleicht nach unten gelangen. Sieht aber nicht so aus, als wäre da wirklich etwas von Interesse. So wie da in etwa. Okay, also das hat uns Zeit gekostet. Ein bisschen Ruf gebracht. Ist das Ruf? Ja, ich glaube es ist Ruf. Aber ansonsten noch nicht so viel nutzen. Wir werden also jetzt Richtung Fürstin Masako reisen. Und wir tun zwei Teilen zu Fuß. Ich weiß, mit dem Pferd ist es schneller, aber... gerade wenn dann irgendwelche überdäten sind. Ich werde dann einfach runter geschossen und dann war es das. Das ist irgendwie unbefriedigend. Weil es immer heißt zu Pferd. Das sei mal einem Vorteil. Hier ist wieder so ein Vögelchen. Der führt uns dann wieder irgendwo hin. wo was zu finden ist. Da ist ein Lager. Lager der Überlebenden. Ah, schön. Hier gibt es wieder Geschichten und Händler. Noch ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jenoroku wäre der einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashini, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Irgendwie. Es herrschte solches Chaos, als die Mongolen kamen. Ich fühlte, wie du mein Handgelenk ergriffst und dann nichts mehr. Ich habe gesucht und gesucht, aber du warst fort. Ich glaube fest daran, dass du noch lebst und wir uns wiedersehen werden. Vater führt uns zum Kuta gehöft, um einen sicheren Weg zu suchen, der uns von der Insel bringt. Wenn du das hier liest, komm zu uns, so schnell du kannst. Das ist ein Samurai. Darf ich euch helfen, mein Herr? Nee, jetzt muss ich erstmal hier mit dem reden. Ich habe Waren aller Art. Ah, ich kann Sachen verkaufen, die ich nicht verkaufen möchte. Erstmal. Ich kann Ressourcen kaufen, das ist gut. Leinen, Leder, Pfeil und Kunai kosten mich entsprechend Vorräte. Eine Samurai würdig. Warum kann ich die Anzahl nicht erhöhen? Ich hoffe, dass ich nur drei Stück tragen kann. Macht Sinn. Ich kann drei Pfeile noch nehmen, das ist zu uninteressant. Leder und Leinen. Ich habe 16 Leinen im Moment, aber nur ganz wenig Leder. Tut mir leid. Oh, ist aber auch teuer. Dafür brauche ich mehr. Dies lassen wir. Ich freue mich schon auf Kunde von euren Siegern. Ich freue mich schon auf den Kunde. All meine Waren sind nützlich. Schwertkitz. Ich kann hier auf jeden Fall wirklich nur für Blumen mir neue Muster drauf zaubern. Weiß ich nicht genau, was mir das bringt. Wo ist es? Ich habe überhaupt keine Ahnung von. Ist also erstmal vollkommen uninteressant. Irgendwann werde ich vielleicht erfahren, was das für einen Nutzen hat, aber jetzt? Ne. So, hier vorne ist noch ein Fragezeichen. Da ist der Fuchs. Ich habe ihn gesehen. Lauf süßer. Mit Sicherheit da vorne in die Steine. Weil diese Schreine immer irgendwo komisch auf irgendwelchen Felsen stehen. Ja, ganz schön zügig der Fuchs. So. Da ist er auch schon. Okay. Da vorne ist er. Jetzt kann ich dich streicheln, wenn ich dich da einmal kriege. Das hat aber, glaube ich, keinen Einfluss mehr. Ist nur für das persönliche Wohlfing. Aber der Leuchtturm leuchtet. Das zumindest ist ja schon mal etwas. So. Gut. Ja. Wir bleiben dann dabei. Wir folgen dem Weg. So weit möglich. So weit möglich. Hier kommt dann irgendwo hoch der Gute. Jin Sakai. Na ja. Ein bisschen ist die Kollisionsabfrage daneben. Aber das ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht. So. Ich weiß nicht, warum ich hier jetzt an der Klippe langlaufe. Wenn ich nur weiß, dass ich eh außenrum muss. Ist nicht so klug. Gib ich zu. Der Wind führt mich. Da drüben. Dafür muss ich hier ein bisschen folgen. Kann unterwegs hier nochmal so ein bisschen was an Zeug einsammeln. Bis ich einen Schmied habe. Das heißt, ich muss mich tatsächlich darum kümmern. Den Schmied zu kriegen. Von der Blume. Ich weiß nicht, wie begrenzt die Ressourcen auch sind. Gerade das mit dem Blumen. Deswegen tue ich mich noch so schwer bei einem Händler einfach irgendwas zu kaufen. Weil... Irgendwie da wachsen die immer mal wieder nach. Oha. Der Bär verfolgen. Der ist ganz schön zügig. Nicht zügig genug. Huh. Vier Raubtierfälle von einem Bären. Ich möchte die Karte hier auftecken. Da ist nochmal Bambus. Da sind nämlich auch noch... Hirsche. Das ist ja mal ein Mumpitz gewesen. Da sind das echt erst aufdeckt, auch wenn ich hier dann in Lande laufen bin, ne? Gibt nix. Warum gibt das nix? Gibt das noch was, wenn ich den Fall töte? Wenn ich das Fell ansonsten beschädige? Nein. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine... Ist ja hier nicht... Ne? Ist das ein Fragezeichen gewesen? Jo. Da gehen wir mal hin. Geradeaus. Ist ja hier nicht Red Dead Redemption, wo ich dann die Fälle verkaufen kann. Und je nach Qualität unterschiedlich viel Kriege. Noch ein Fuchsbau. Äh... Herausfordern? Wen soll ich denn herausfordern? Wo ist der Fuchs denn da? Ich komme gleich nochmal zurück. Da konnte ich irgendwas herausfordern. Die sind da? Jo. Erstmal den Fuchs folgen. Dann waren wir die Banditen auf der Straße Platz. So, kriegen wir einen neuen Talismanplatz. Nicht, dass wir Talismanne hätten, für die wir die brauchen. Aber hey. So, wo ist er hin, der Fuchs? Weiß nicht warum, aber ich möchte sie ganz gerne danach streicheln. Ja. Ich kann zusätzlichen Talisman ausrüsten. Nützt aber nix. So, jetzt machen wir die da platt. Ganz ehrenvoll. Seid ihr so feige? Oh. Vor allem macht es das die Entschlossenheit voll genug. Warum greifst du denn den an? Hä? Jetzt war ich verwirrt. Oder jetzt hat es mich verwirrt vielmehr. War das jetzt eine Mischung aus Mongolen und Japanern? Oder? Verstehe ich nicht. Die haben sich gegenseitig attackiert, aber auch beide mich attackiert. Das ist verwirrend. So, wir gehen jetzt zu der Tante. Also. Weil. Komisch. Bin ich voll? Ah. So gut wie. Ich habe einen Technikpunkt. Äh. Auszeichnung. Techniken. Du kannst Talisman ausrüsten, meine Fähigkeit zu verstärken. Ja. Schön. Technik. Hm. So. Was wollte ich hier? Den Ausweichhieb. Damit kann ich dann jedes Mal, wenn ich ausgewichen bin, direkt einen reinsetzen. Oder. Folgendem leiten eventuell Bambusstationen. Gegenflächen zu entdecken, wie du dein Aussehen anpassen kannst. Fuchsbauten. Talismana. Hm. Hm. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt hier. Ich habe zwei Punkte. Die möchte ich tatsächlich aber festhalten hier. Für diese Dinger hier. Rette dich voll. Kostet drei Entschlossenheit. Ähm. Damit kann ich dann nochmal aufstehen, wenn ich getötet wurde. Quasi. Dann muss ich nur aufpassen, dass ich meine Entschlossenheit nicht zu zügig aufbrauche. So. So. Story of the day. Los geht's. Die Irrfahrt begangen mit einem Bären. So. 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 Dann muss ich da oben hoch. So. Die andere Sache ist. Wo komme ich denn da hoch? Das sieht mir erstmal nicht so aus. Das heißt, ich werde hier lang laufen müssen. Und dann kann ich hier dem Weg folgen. Das Anwesen des Adachi-Clans. Fürstin Massako müsste hier sein. Müsste. Fürstin Massako. Krieger des Adachi-Clans. Ist jemand hier? Ich suche das Haupthaus und das Gästehaus. Jemand ist hier eingedrungen. Blut. Hat jemand überlebt? Sie haben versucht zu entkommen. Haben die Kinder durchs Fenster gereicht. Eine Naginata. Die Waffe der Frauen des Adachi-Clans. Sie haben ihre Familie verteidigt. Alles durchwühlt. Keine Anzeichen von Gewalt. Okay. Also mit anderen Worten erstmal keine Tote. Schon mal gut. Oh, es wird wieder hell. Dann das Haupthaus. Oder war das das Haupthaus? Töte den! Kannst dich doch nicht so erstrecken, Kollege. Wo ist Thürsten Massako? Sagt mir, wo sie ist! Kollege, ich weiß nicht, was klar ist, aber du hast keine Chance. Also, nicht wir. Die! Durchsuchen wir sie. Keine Mongolen. Keine Banditen. Ich muss rausfinden, was hier passiert ist. Falls jemand überlebt hat, ist er vielleicht zum Pferd geflohen. Ich schaue in den Stellen nach. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Weil da mit Sicherheit noch ein paar Vorräte sind. Da ist noch ein bisschen was. Gerade am Anfang kann man nicht zu viel... Entschuldigung. Zu viel von irgendwas haben. Leere Stelle. Jemand nahm die Pferde mit. Hm. Hufsporen. Hufsporen. Jemand ist von hier geflohen. Es gibt eine Spur. Den folgen wir gleich. Und zwar selbst zu Pferd. Die werden auf jeden Fall dem Weg gefolgt sein. Im Stück weit zumindest. Und dann haben wir es nämlich schon. Kehre. Wieso zu der Fußspur zurückkehren? Ich war doch gerade noch dran. Hier. Ha. Sie sind also nicht... Da unten sind wieder welche. Bogenschützen hat den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste wie man Pfeilen ausweicht. Ja, offensichtlich allerdings nicht lange. Steigen wir ab. Ein totes Pferd. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Seit Tagen tot. Führst den Masako. Ich bin's. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Emo. Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Für unsere Heimat. Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolen-Clan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten. Und eure Männer rächen. Der Adachi-Clan ist tot. Massakriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Warum töten sie die, die schworen sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein. Stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der letzte seines Clans zu sein. Stimmt nicht, dein Onkel ist auch noch da. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Die Geschichte von Fürstin Masako. Ich kann sie sogar beschleunigen. Sehr gut. Ich habe Feinde bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten. In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Mongolen aufbrachen, kamen Attentäter zu unserem Haus. Meine Schwester nahm die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich im Komoda. Für mich. War es nicht vorbei. Ein Friedhof? Glaube ich. Ich habe sie hier begraben. Mit dem Rest unserer Familie. Ich habe versucht sie zu retten, aber die Mörder erwischten sie auf der Straße und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Nasen. Sie war gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollten. Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Wir reiten zum goldenen Tempel. Hallo, der Controller vibriert. Ich möchte hier noch kurz gucken, was hier noch so ist. Diesen Ort finde ich nämlich sonst nie wieder. Da. Eine Grille. Ja, ja, Entschuldigung, aber die Grille musste ich mitnehmen. Das ist der Vorteil an dem Gewand jetzt. Dass ich das wenigstens merke. Sonst hätte ich die Grille hier wahrscheinlich nie gefunden. Los jetzt, Kogging! Auch wenn es nicht ganz... Und wir werden sie bestrafen. Wir werden ohne mich reingehen müssen. Findet den Mönch namens Sogen und erzählt ihm vom Schicksal des Adachi-Clans. Was habt ihr vor, Fürster Masako? Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Sogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Was werde ich tun? Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Mhm. In der Rand. Goldene Tempel. Ah. Hier soll ja noch alles im Lot sein. Fürst Sakai. Es ist mir eine Ehre. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte. Nennt mich Junshin. Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weiter sagen. Wenn sie die Reise nicht schaffen, gibt es bei Ariake auch Lager. Ich versorge sie mit so viel Essen, wie ich kann. Gut zu wissen. Ich suche einen eurer Mönchsbrüder. Einen Mann namens Sogen. Ich glaube, er fickt die Tempelterrasse. Habt Dank, Junshin. Setzt euer gutes Werk fort. Ich glaube, ich meine Vorräte. Gucken wir uns später auf jeden Fall noch um. Erst mit dem Mönch reden. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Dachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter. Aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflut suchen. Ich glaube nicht. Dass sie das will. Da haben wir noch ein bisschen was zum Einsammeln. Ich muss die Rüstung schmiedet finden. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Legenden-Erzähler. Na gut, der ist ja für uns uninteressant. Mein Herr, wollt ihr euch den anderen anschließen? Was meint ihr? Ich hörte, in der Präfektur Asamo sammelt sich eine kleine Widerstandsgruppe. Auch andere wehren sich gegen die Mongolen? Tapfer. Aber gefährlich ohne Training. Ich suche sie. Noch eine Nebenmission, okay. Gut. Bist du der Geschichtenerzähler oder was bist du? Oh, Schmerzspiel. Danke. Ja, bitte. Das Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Was seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Das Katana, selbstverständlich. So, wir können die erste Stufe auf jeden Fall nehmen. Das ging aber schnell. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Puh, teuer. So, bringe Gegner schneller um und bringe Gegner lautloser um. Ich bin übrigens enttäuscht, dass tatsächlich die Anführer nicht einfach sterben. Wir müssen auch ein bisschen Eisen holen. Sondern nur Schaden bekommen. Das finde ich nicht so richtig prägend. Das hat mich ja schon in den neuen Assassin's Creed-Teilen gestört. Und das ist ein bisschen schade. Aber nun gut. Wollen wir nicht drüber hadern. Habt ihr die Vögel gesehen, Fürster Kai? Welche Vögel sucht ihr denn? Die Goldenen. Ihr Gesang erinnert einen an friedlichere Zeiten. Ah. Die hat meine Mutter auch geliebt. Sie sagte immer, sie kennen unsere Insel besser als sonst eine Kreatur. Das glaube ich, mein Herr. Wäre es nicht so gefährlich, würde ich einem folgen. Sehen, wohin der Goldene Vogel mich führt. Vielleicht mache ich das. Doch wir sollten warten, bis unsere Heimat wieder sicher ist. Werde ich, Fürster Kai. Danke. Die führen uns zu besonderen Orten. Wissen wir doch schon. So, du bist ja Legenden-Erzähler, ne? Ich hatte da einst einen Mann, der einen Handel mit einem Tengu eingehen wollte. Es dauerte nicht lang, da verschwand er. Moment, hier ist noch ein bisschen Bambus und dann bist du die Rüstungshäte dran. Nicht gut. Fürste Masako schickt mich. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. Samurai-Clan-Rüstung. Robuste Rüstung, die einst einem der Söhne von Fürsten Masako gehörte. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Ja, versuchen wir auch direkt, weil ein bisschen was noch Materialien haben wir ja. Etwas für jede Art von Rüstung. So, mittlere Erhöhung der Gesundheit verringert sämtlichen Schaden um einen bedeutenden Wert. Das allein von Schaden gewährt 15 Entschlossenheit. Oh, das ist gut. Und die ist auch gar nicht so hässlich. Aber leider fehlen uns die Vorräte, um zwei Aufwertungen zu machen, aber genau für die eine reicht. Es gibt nichts stärkeres. Und dann fehlt auch noch wieder Leinen. Tracht des Reisenden. Du benötigst mehr für diese Verbesserungen. Ich sehe den Nebel des Krieges auf der Karte. Ja, genau. So, dankeschön. Und wir haben sie auch direkt ausgerüstet. Sehr gut. Ob sie uns gedrückt haben. Haben wir verbessert. Zeig mir mal an, da gibt es dann noch eine mächtige und 30% Erschlossenheit. Zwei Stufen noch quasi. Okay, das ist auch vom Material relativ überschaubar. Ist okay. So, ähm. Wähle Rüstungsausstattung in den Optionen im Gameplay-Menü, um der Rüstung Talisman und Aussehenobjekte zuzuweisen, um individuelle Ausstattung zu erstellen. Talisman kann ich dann nur hier ausweisen. Und noch zwei Stücke kann ich freischalten. Okay. Also irgendwie... Legenden-Modus kann ich auch hier betreten. Okay, ich wollte jetzt aber eigentlich die Karte mal anschauen. Wir haben nämlich diesen Ort nicht golden. Es gibt noch die Burgenmacherin. Da haben wir aber keine Verbesserung. Ah, Vorräte. Okay, Vorräte sind also unsere Währung. Das ist der Schwertschmied. Vorräte ist die Rüstungsschmiedin. Geschenke. Geschenke. Fürst Sakai. Schön, euch zu sehen. Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Eine Ehre, dass ihr euch an einen einfachen Hausdiener erinnert. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollten wir ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten und... Bitte, nehmt diese Geschenke an. Hab Dank, Gonjiro. Und alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. Besuche ein Geschenkartei in der Nähe. Verfügbare Geschenke. Eines. Liegt da. Finsterer Krieger. Für einen stolzen Krieger hat Tsushima's hergestellt. Ist eine Ausrüstung, nehme ich an. Kleidung. Jo, da eine Maske. Neba. Kriegen wir... Freigeschalten... ...Geschichten und setze Jinsrei sofort, um weitere Geschenke zu verdienen. Ja. Freigeschalten, indem wir eben... ...unsern Ruf steigern. Hier haben wir den Bogenmacher. Es gibt keinen Ersatz für einen schönen Bogen. Ich stelle sicher, dass euer Bogen im bestmöglichen Zustand ist. Ich weiß zu schätzen, was immer ihr tun könnt. Es ist mir eine Ehre. Bringt mir nur die nötigen Rohmaterialien und überlasst mir den Rest. Jo. Das ist gut, dass ich das hier tun kann. Euch fehlen die benötigten Materialien. Tut mir leid. Muss es nicht, alles gut. Wir gehen jetzt mal weiter. Müssen wir... Dann, dann seid doch was. Mein Herr, ihr seid hier. Der Quatsch da. Ist das du? Ich komm direkt hierher. Abseits der Straßen. Wie ihr sagt, Fürster Kai. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wie hält sich euer Kleiner? Er ist tapferer als sein Vater. Die Leute wollten mir nicht glauben, dass ein Samurai uns hergeschickt hat. Passt auf euch auf. Und auf den Kleinen. Die Leute hier haben nicht viel zu geben. Doch wir werden nach Kräften helfen. Oh. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, hier sammeln sich dann auch tatsächlich die Leute, die ich gerettet habe. Und wir können denen dann nochmal begegnen. Das finde ich eigentlich ganz schick. Ganz nett. So, da steht sie. Ihr habt die Rüstung. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten. Shige Sato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Sogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Ja. Ich folge. Ihr glaubt Sogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein. Aber Grund, ihn zu verdächtigen. Sorgen kamen zu Beginn des Herbstes. Aus Kamehagata. Als wir vor den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision. Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Ha. Okay, Angelina. Ich glaube dir. Stimme von Angelina Jolie. Wo finden wir es? Das ist Sogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Baum. Aber wir haben seit Tagen nichts gegessen. Hier können wir hinunter. Ihr habt keinen Hunger, weil ihr Hunger habt, sondern weil ihr so gerne esst. Und das ist ja ein prickelnder Mönch. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Sie hat also kein Problem damit, sich im Dickicht zu verstecken. Ob mich wohl jemand gesehen hat? Quatsch. Der könnte. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir? Ja, ja. Sobald er hier weiter ist, können wir da in die nächsten. Gräser. Das ist irgendwie nicht so ganz ausgereiftes System. So, einmal wieder die Seite wechseln. Schön im Auge behalten. Und oben im Tempel wundert sich keiner, dass der jetzt sich mal eben verzogen hat. Gut. Der bleibt wahrscheinlich genau so lange auf dem Pfad hier, bis er bei seinen Leuten angekommen ist. Was es für uns relativ leicht macht, ihm zu folgen. Denke ich. Hier wird's schon etwas schwerer. Oh. Dann runter und dann unter der Brücke durch. Okay. Ich sehe nicht mehr. Ah, da vorne. Okay. Jetzt kann ich aber auch schlecht mich entscheiden, ob links oder rechts die bessere Wahl ist. Das alte Gasthaus. Gehen wir näher ran. Wo? Geh zur linken Seite des Gasthauseingangs. Äh, die linke Seite ist aber hier. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Hm. Er hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren. Jetzt wissen sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mehr sich da bestimmt. Ich gehe rein. Komm erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Hey. Ähm. Okay. Sie macht das genauso wie ich. Dass ich ihn nicht Leaf. Ich kenne ihn nicht. Soll den Atapschiplan. Ick dir, ich bin. Sieh. 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 Ei, 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 Kollegen! Nein! Nein! Okay, ähm... Der... Die könnte es theoretisch noch gewinnen für mich, ja? Nein. Ähm... Der Schwertstil Wasser hat offensichtlich einen guten Angriff gegen die Schilde zum Brechen, aber macht weniger Schaden. Ich das richtig einschätze. So, weg mit dir, Kollege. Dann machen wir das hier mal schneller. Ey! Gibt's doch nicht, wenn ich das geradezu... Oha... Okay. Er fordert also Konzentration. So. Für den Assamptiklan! From Seite. Jetzt geht's den Aus. Gehen! Okay, jetzt haben wir ein paar Agrafen erledigt. Was passiert hier gerade? Oh, das war nicht dein Plan. Sie kommt da draußen noch und ich stecke hier irgendwo fest. Geh ich hier irgendwo raus? Da! Sie ist aber drin, okay. Du gehst ruhig schon mal vor, ich komme gleich nach, ich gucke mich hier draußen noch ganz kurz um. Da ist er hier auch ganz auch nicht gewütet, die Frau. So wirklich viel gibt es hier aber auch Dings wohl nicht. Okay, da ist sie. Nach oben. Also. Also. Ja. 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 Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Zu erwarten. Unverdient. Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Machen wir. Das kriegen wir auch noch fällig, diese Folge hier. Schön unauffällig, dieser Wind. Ersatzwaffen. Sie haben Verstärkung erwartet. Oh oh. Der Kampf gerade war schon schlimm genug. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Aber bald woher da sind wir? Hm. Namen. Und dann wohl. Satao. Mai. Kachivara. Omura. Masako kennt sie vielleicht. Guck mal hier durch. Habt ihr etwas gefunden? Ja. Eine Liste. Eine Liste mit Namen. Und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan. Der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir. Dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Und ich werde sie unterstützen. Die Geschichte von Fürsten Masako. Rekruttiere Fürsten Masako. Erledigt. Gibt uns einen Technikpunkt. Und fasst noch einen. Na gut. Den investieren wir direkt. Aufzeichnung aktualisiert. Das Oberhaupt. Der Daci Clan wurde durch eine Verschwörung verraten. Fürsten Masako lebt nur für die Vernichtung derer, die für das Blutbad in ihrer Familie verantwortlich sind. Wer es wagt einer Samurai-Familie zu schaden, muss seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Daher habe ich mich ihrer Jagd angeschlossen. Nützlichkeits-Talisman. Das sind jetzt so Nebengeschichten quasi. Rette Junas Bruder und rekruttiere die Storodionien. Das sind Hauptmissionen und das hier sind Nebenmissionen, die wir dann jetzt als nächstes alle angehen. Arbeiten wir uns durch. Dann retten wir den Schmied. Wir haben ja jetzt schon mal zumindest einen Waffenschmied. Wichtige Gegenstände. Haben wir gelesen. Gut. 59 Aussehensobjekte. 19 Hakus und es gibt 8 Leuchttürme. Ein Fahrer die Leuchttürme, um den Menschen Hoffnung zu geben und eine Legende wachsen zu lassen. Achso. Haben sie eine Diplomatie zwischen Japan und China. Säulen der Ehre. Sie würdigen die Samurai, die ihr Leben gaben, um Frieden und Ordnung nach Tsushima zu bringen. Sie haben eine Schwertkitz bei diesen Säulen, um es auch sind in der Klinge anzupassen. Okay. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir schwingen uns aufs Pferd und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um eine der Nebenmissionen. Das hier ist irgendwie noch nicht erledigt. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir ihr erstmal helfen oder ihm. Oder ob wir erstmal weitergehen. Schauen wir mal. Ich sage erstmal Danke und bis zur nächsten Folge. Euer Stiff. Tschüss. 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 Tschüss.